Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice Kalk – Tabellen mit Themen formatieren In Kalk sind standardmäßig vordefinierte Formatierungsthemen enthalten. Mit dem Begriff Thema wird in Kalk die Formatierung der gesamten Tabelle bezeichnet. Diese Themen können weder bearbeitet werden, noch lassen sich weitere Themen hinzufügen. Sie können aber die Formatvorlage eines bereits angewendeten Themas bearbeiten. Um ein Thema anzuwenden, gehen Sie folgendermaßen vor. Wenn die Leiste Extras nicht sichtbar ist, klicken Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten und Extras. Wählen Sie in der Leiste Extras und zwar hier die Schaltfläche Themenauswahl und das gewünschte Thema aus. Wenn Sie ein Thema ausgewählt haben, wird dieses sofort auf das gesamte Kalkdokument angewandt bzw. Sie sehen sofort die Veränderung. Mit einem Klick auf OK wird die Auswahl abgeschlossen. Sie können nun die Formatvorlagen ändern. Diese Änderungen betreffen aber nicht das Thema, sondern nur das Erscheinungsbild des Kalkdokumentes. Das war dieser Powerphotome Screencast. Ciao und viel Glück! ! ! ! ! ! ! ! ! !